Bist du da? Hallo! 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 Erinnert mich ein bisschen an das Call of Duty Video. Hahaha, Kamera. 321 Willkommen, hallo bei Rainbow Six Siege Ranked auf Küste. War das zu früh B, ne? Nein, alles gut. Hallo und herzlich willkommen zu Rainbow Six Siege Ranked. Neues Projekt Road to Ranked. Road to Ranked. Nee, Scheiße. Ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch egal. Richtig. Alles was nehmen. Glass. Panik. Das war Panik. Ich kann nicht Glass spielen. Achso, hab ich gesagt, was ich reinkomme? Ach, das sieht ja cool aus, Jon. Genau. Wir wollen einfach mal schauen, wie wir uns mit diesen Team jetzt hier einranken können. Ja? Ich bin jetzt eher so das Holzniveau. Genau. Dann der Rest ist halt Platin. Ich sag mal, gibt das Bronze? Gut kombiniert. Ich komm bei Kupfer raus. So. Ich glaub ein Gegner-Team spielt der Knuckleberry. Warum? Weil der genauso lange ist. Steht der Hacker. Äh, oben Schlafzimmer, glaub ich. Und so Pet House? Ja. Schön, dass ich weiß, wo oben das Schlafzimmer ist. Mir geht's nicht mehr so groß. Keine Sorge. Wie kommen wir doch hinterher, Junge? Hä? Warte mal, ist das Bombe oder? Bereist dich um. Oh mein Gott. Was ist das denn? Oh nein. Was spielen wir? Ich hab's nicht mitbekommen. Bereist dich. Bereist dich an. Ich bin TDM. Team Deathmatch. Ne, wir spielen den Deathmatch. Best. Noch 10 Sekunden. Ich bring dich jetzt um. Was? Mich? Warum? Ich geb den Quickscope. Pass auf. Da Halle hinter der Tür sind drei. Standort des Bio-Gefahrgut erhält das unbekannt. Gib den Bio-Gefahrgut erhält das. Ja, wir sind Pistole. Ja. Richtig gut. Ja, du kriegst erstmal ein Reaper. Schönen wir mal. Bruder. Ein Diffuser. Braucht keiner diffusen. Ich habe eine ESP-Granate geworfen. Wo ist denn der Raum? Äh, da wo Halle steht. Biofahrgutbehälter lokalisiert. Ich glaube, erst die Wand ist weg. Ich glaube, da war einer drinnen, alle in dem Raum. Blüder, Scheiße. Äh, linker Seite, ganz da. Ja, da müsste er enden. Komm, gleich einer. Fenster. Warte, 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 warte. Ah, fuck. Einer ist der Operator vom eigenen Trupp. Einer sitzt da. Ich hoffe, die können hinter dir rauswaschen. Einer sitzt noch hier. Hinter dem Mirror sitzt Mira. Und hier sitzt noch einer. Cabrera ist jetzt auch im Raum. Ja. Ja, das ist das einzige, was er kann. Rausgehen. Ach, da meinst du. Das ist immer noch die dümmste Sache, dass man diese Scheissicht nicht wegkriegt. Äh, dass die Scheissicht wieder normal bleibt. Wenn man rausgeht. Ah, da redest du mit uns. Ah, da hat Bock. Ah, da hat Bock. Gehen wir hin. Das sucht euch was aus. Ich kenn die Map nicht so gut, dass ich sagen kann, wo... Ich kenn die auch nicht, deswegen frag ich. Hallo, willst du Billiard rumgehen? Ah, das denk ich. Ja. Den Raum zerbarrikadieren. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Hast du, wollen wir mit Bombe spielen? Mit, äh... Oder... mit mich? Nein. Ah, ok. Hat dieser keine... Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgutbehälter. Mit Vorstand. Die eine Drohne hab ich. Ich hab die Twitch schon noch. Nice. Wie vorst du? Ja, hab ich. Die drei numéro noch zehn Sekunden. Noch fünf Sekunden. Geschützt den Bio-Gefahrgutbehälter auf jeden Preis. Wir liegen noch nach einem Rest. So, warte. Störsame gestartet. Wenn die auf dem Dach sind, lässt du ja nicht holen den Gängen. Mir ist echt unten. Unter euch. Das ist einer Fenster. Wir haben Sledge. Einer hier nebenrum. Einer ist gedroppt. Der wird bei der Kitschel rauskommen. Ich bin... Er ist runter zum Main. Du kannst es vielleicht holen. Was denn? Der eine müsste beim Main drunter gedroppt sein von oben. Der müsste gleich über die Stairs kommen. Nice. Good Job. Einer aussieht aus dem Balkon. Soll noch die echt sein. Ich spiel den hier mit. Ich spiel den hier mit. Schalldämpfer. Schalldämpfer. Schalldämpfer hab ich. Nice. Schalldämpfer. Ich setze noch Back an. Mh... Am Fenster. Rappelt am Fenster rum. Wer ist du rauscht? Da kommt die zweite Nate. Von wo? Weiß ich nicht. Von wo? Ich schmissen. Er hat auf jeden Fall gewischt. Das war der Bug. Der müsste von der Tür drüber... Von bei dir. B-Fig kannst du mich aufhegen? Ja. Komm mal. Der hat mich. Der ist in dem Raum drin. In dem Raum drin. Ah. Mit dauernd. Ja. Ist klar. Verzeih, Alter. Komm mir geht's ruhig. Ich kriege dich wieder. Danke. Ja, draußen. Aber nicht. Nice first. Glace war auch noch unten. Twitch ist in dem Barraum. Neben euch. Die ist in der Ecke hinten. Hier? Bei mir? Ne, ne, ne. Außerhalb von der Barrikade. Die schlägt auf. Die ist rechts. Die liegt hinten in der Ecke. 15 Sekunden. Lasst euch Zeit. Die hat noch 12 Sekunden Zeit. Die muss erstmal durchkommen. 10 Sekunden übrig. Ich markiere einmal. Ja. Der hat nämlich die Cam jetzt. Ein Gegner verbleibt. Der ist links um die Ecke. Durch die Zugang zu. Maxi. Die Gegner sind in der Bio-Gefahrgutbehälter. Ein Camter des eigenen Trupps verbleibt. Ich hab dich nicht gesehen. Nice job. Ein eigener Trupps siegreicher. Alle Gegner eliminiert. Ach leicht. Und dahinten. Alter. Mh. 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 So Logo, jetzt doch du wieder spielen. Was denn? Hä, wieso? Weil du mit ihm besser bist als ich. Mh. Du musst aber nicht. Hattest du Finca oder was? Ne, du hast doch Glass. Mh. Alles gut. Wollen wir es damals? Mh. 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 Eigentlich nicht, bedammert mich. Mh. 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 Ich hab zum Treffer hinterm Bett. Ich hab einen expressions ohne Fehler. Mh. Halern geht's! yse bioshi und envasi. Und zurück. Ski. Mireille Fein. Pass auf. жes peoplesong fliegen. Mirah ist hinterm Bett. Matt Munzer. AHHH! Unten! Unten! Bah. Stopper. Mitarbeiter ist hinterm Bett. das ist gerade keiner hat mich geholt kann sein dass ihr auch links also on spot sehe ich nur mir es sitzt keiner hinterm bett alle sind frei von der tür aus zu sehen hast du da was ray ne war ne kamera 2 und spot mira und weiß ich nicht luke sitzt hinterm bett einer ist am gang wer ist oben wenn es erst der wenz erst durch durch die tür gerade durch rechts in dem bett sitzt einer ja luke rechts irgendwo sitzen hinter der barrikade sitzt also am raum sind zwei also luke immer noch hinterm bett ganz in der ecke rechts rum linke ecke freundlich aktivität nicht um das behält das einsteller 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 am bett direkt von hinten von hinten von hinten einer vom eigenen druck schafft ein eigener trock neutralisiert zur gegessen hat es getötet Hab ich ja die Hächsnerfe gekriegt? Ach lol... Das war krass Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern Die Fahrt wurde verstärkt Die Drohnen der Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter gefunden Die Fahrt wurde gesichert Störsender bereit Nur noch 10 Sekunden Erklärungen sind angefangen Nur 5 Sekunden Die Drohnen der Gegner hat den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert Stärkig wird Stärkig wird Nicht gerusht Wir haben nur einen On-Spot gehabt, wir müssen rein Alter Ja Die ist voll an euch vorbei gerusht Wo waren die? Ja On-Spot, also neben Raum vom Spot Hier quasi Ja genau Hau direkt neben dir Nice Der f*** Der f***, Alter Kick nur Assists Ich höre raus, die Ashes da an Nice one Wir brauchen Hilfe Einer war da hinten Einer war da hinten in der VIP-Launch glaube ich Einer war da hinten in der VIP-Launch glaube ich Sledge repellt noch Da kommt ein Logo Aber Nur Pre-Fire, alles gut Der ist im Gang hinter mir Alter, da hat mich Der ist im Gang Hier Loco, bei dem könntest du flanken Ja, warte, warte Der ist hier Komm, wir pieken beide auf 3, ok? Oh Gott Der ist schon gepiekt Ohhhhhhhhhhhhhh Hilfe den Harle Schön gedouppelt Alter, der hat von beiden Seiten gleichzeitig bekommen Wenn einer down geht, muss der andere sofort den Refrag bekommen Schön gedouppelt, ey Ich hab doch nicht mit der Waffe gespielt, mach ich das mal? Ich hab doch nicht mit der Waffe gespielt, mach ich das mal? Ich probier jetzt mal tief Ich hab doch nicht mit der Waffe gespielt, mach ich das mal? GIF.exe wurde von Battle Eye gespielt Ich hab bestimmt Milch getrunken Oh, ja Ekelhaft Und ist durch Nebel gelaufen, während der Öl auf die Haut geschmiert hat Der Bio-Gefahrgut-Behälter muss jetzt lokalisiert werden Der Bio-Gefahrgut-Behälter muss jetzt lokalisiert werden Göttingt Der Bio-Gefahrgut-Behälter Der Bio-Gefahrgut-Behälter Der Bio-Gefahrgut-Behälter Der Bio-Gefahrgut-Behälter Lade nach Bist mir so kalt, ey Boah Also ist Bescheid, der biegt da, gell Du... Weißt du die... Bescheid? Also das Fenster ist zwar angeschlagen, aber der Typ ist weg Und er hat... Ich glaub er ist wieder auf dem Spot Ich seh ihn hier drümmlich in der Sunrise Bar Die Sunrise Bar ist frei Schönerling, oder? Schau ne neue Fagazin! Will der Windows offen? Ich hol mein Team Oh Gott, okay Feuerschutz! Gnade nach! Jäger ist vorne, bis aufgest Ich sitze in dein Neurofenster, schauen wir ob du ihn durch den... ...Drohenschutz bekommst Okay, ja, ich hab's doch gehört Warte, 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 ich renne Ich hab ja noch los Will der Fall ist er weglaufen? Warte Schau mal... Ob er noch da ist Die Antisilix, die Elektronik Shit Ein Erschild, der Jäger Schild genau da an der Ecke Okay Warte, zimmer ist frei Okay Ah, hier ist jetzt Mute Oh, den kann ich Wolt bei ihm fassen Könnte ich fast draussen Hier ist jetzt einer, den treffe ich aber nicht richtig Er ist nicht güchtig gegangen, er ist nicht güchtig gegangen gerade Ma'am, da hat er Magazin Ich chime rein Feindliche Aktivitäten Das ist Müller Ah, neben mir, rechts blieb mir Oh Gott, da ist der Behälter sichern Lenster verbleiben Er war oben Nice, nice Sehr schön Ich glaub ich wurde mehrmals von euch angehittet Ja, ich hab mich angehittet Hier Wenn wir jetzt gehen, den haben wir es Jo Hoffentlich Wo wollen wir denn hingehen? Boah, such dir was aus, ich... Ich hätte schon mal aufkitschen gehen Das ist wie Blubar, find ich Na gut Ist witzig Ich weiß halt, wie man bei Blubar Miram bist, was hält, aber Ja, nicht Ja, rein, das ist... Einfach nur aufpassen, dass sie nicht durchs Fenster pusten wie immer ein Allerdick am Husten, 88 Den Raum zerbarrikadieren Wir müssen den Bio-Gefahrgut-Behälter schützen Nein, wir hier nicht brechen, ne? Los Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgut-Behälter gefunden Keine Drohne Die Wand ist sicher Noch eine Wand hier setzen Wave, kannst du mal vor das Fenster gehen und mal so in den... auf den... auf den Denkel mal so markieren Wie, vor das Fenster direkt oder was? Ja, genau vor das Fenster und nach oben Okay, perfekt Du hast ein bisschen angeschossen Hab ich angeschossen? Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter auf den Sonnen So sehe ich wenigstens was aufs Fenster Ja Mach hier dicht Ja, nice Süden gehen glaub ich durch den Main-Eingang Badezimmer ist erst, Badezimmer Das Gerät statisch wird die Sicherung des Verhältnisses abhalten Der hat keinen Bauch mehr durch Mist Haltet mich einfach... Das Fenster wurde aufgeschossen, Logo Ab in Nice Das Fenster wurde ein bisschen aufgeschossen Ich glaube Okay Bin down Äh... Sledge vor der Tür Alleine Äh, mein ich doch Alleine aber Nice Nice Letzte unbekannt Äh, hat die... Die Kamera im Korridor Ja, mach den Twitch Twitch Drone is down Nice Twitch müsste irgendwo aus der Richtung kommen Geh mal kurz in den Cams Ist nichts mehr Scheiße Ich glaub einer ist vom Windu To the window To the wall To the wall Seh ich nicht Ah Not too much spraying Hehehe Noch einer ist draußen Einen nicht mehr bleibt Ich setze Nitro ein Ich dachte gerade, Alter Ich bin vom Windows frei Oh, da hab er gespottet grad noch Na, ich auf Na, ich auf Stairs Achtung, Clemo Nice one Boah, Alter, das ist auch schön Ich krieg ihn nicht Wuh! Nice Ja, vielen Dank für's Zuschauen Ging doch schon mal gut los Ja... Schектив Bis nächstes mal, Outrain Tschüss! Tschüß! TschÜß! Tschüß!